Hallo, ich bin Luan Lamberti und ich habe mein Studium an der HfK 2013 begonnen, letztes Jahr Diplom gemacht und dieses Jahr offensichtlich Meisterschülerstudium. Seitdem ich an der HfK bin, bin ich in der Klasse für figurative Malerei von Heike Kati Barat. In diesem Trickfilmausschnitt, der gerade läuft, habe ich mein Leben in 2 Minuten und 13 Sekunden dargestellt. Aber darum geht es heute nicht. Deshalb stoppe ich hier mal, sondern es geht über ein paar der Arbeiten, die während meinem Studium an der HfK entstanden sind. Es ist aber ein ganz guter Stichpunkt, weil neben der Malerei habe ich von Anfang an auch Trickfilme gemacht. Ich habe elf Semester lang das Trickfilm-Seminar von Ulrike Isenberg, Heike Kati Barat und Esatma Shashibi und später Kilian Schwun besucht. Seitdem bin ich sehr begeistert, was mit Trickfilm so möglich ist. Ich male, zeichne und mache Trickfilme. Die verschiedenen Medien beeinflussen sich gegenseitig. In einer meiner Arbeiten, die ich bei meinem Vordiplom gezeigt habe, habe ich auch zu einem Thema gleichzeitig einen Trickfilm gemacht und ein Bild gemalt. Beide können gut für sich stehen und brauchen sich nicht zur Ergänzung. Trotz selben Thema habe ich bei beiden unterschiedliche Herangehensweisen. Während der Film eine Geschichte, einen Ablauf erzählt, hält das Bild mehr einen Moment, ein Gefühl fest. Ausgangspunkt war ein Besuch bei einer Gynäkologin und nochmal im Besonderen als Transmann. Der Trickfilm gibt einen Einblick in den Ablauf eines Gynäkologen-Termins, welcher leider auf reellen Ereignissen basiert. Die absurden, indiskreten Aussagen der Gynäkologin, die dem Besucher, der nur eine normale Untersuchung will, seine Transition auszureden und seine Identität infrage zu stellen, versucht. Seitdem sind mehrere Arbeiten entstanden, die sich mit Alltagssituationen auseinandersetzen, denen Transpersonen ausgesetzt sind. Nochmal zum Verständnis. Transsein heißt, sich in der Selbstverortung dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht teilweise oder gänzlich zu widersetzen. Da ich acht Jahre lang keine zu mir passenden Papiere hatte, gaben es genug Situationen, die ich als Ausgangspunkt für solche Bilder nehmen konnte. Zum Beispiel dieses Bild, das ist nach einem Termin bei einer Bank entstanden, welcher nicht so gut verlief. Mittlerweile habe ich diese Themen auch in Heften dargestellt, also mit anderen Medien damit gearbeitet. Dieser Ausschnitt bezieht sich auf die Situation, aus der dieses Bild dann entstanden ist. Während dem sind aber auch Arbeiten mit anderen Themen entstanden. Wie hier zum Beispiel am Recyclinghof, ortsgebunden, wo ich auch vom Trickfilm beeinflusst wurde. Nur, dass sich die Figuren nicht bewegen, sondern das Drumherum auf dem Recyclinghof. Die Landschaft und das Licht verändert sich rasant. Und auch für eine bestimmte Ausstellung entstanden, sind diese Arbeiten im letzten Herbst in Wubswede. Sechs MDF-Platten, welche die BesucherInnen in die Hand nehmen und vor sich halten können. Beim auf sich herunterschauen, sehen sie Beine und Füße, die zu ihren eigenen werden. Sie stehen plötzlich in einer Malerei und werden zum Teil selbst zu einer. Erweiterte Realität, aber nicht computergestützt, sondern gemalt. Die Standpunkte der Boden, die in den Bildern dargestellt sind, befinden sich zwischen dem Haus im Schluh und der Wubsweder Kunsthalle. Das sind die Häuser, in denen sich die damalige Ausstellung befand. Und dann nochmal zurück. Also nach den Bildern von Arzt oder Bankterminen und so weiter, entstand eine Serie von Rahmenbildern. In Rahmen Leben. Figuren in Rahmen. Die Figuren reagieren unterschiedlich in oder mit ihren Rahmen. Was auch einen Bezug zu gesellschaftlichen Rahmen hat, Interesse an der Darstellung von Menschen und alltäglichen Beobachtungen. Bei meinem Diplom geht es in einer meiner ausgestellten Arbeiten um eine Umkleidesituation im Schwimmbad. Dort erzähle ich eine bestimmte Geschichte mit mehreren Elementen, die man lesen kann, die auf etwas hindeuten. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist auch wieder eine selbsterhebte Situation, eine Schwimmbad-Umkleidesituation als Transmann. Die Bilder werden nach und nach offener. Einige Bilder, die Küchensituationen darstellen. Küchen, weil ich sie als Sozialsammelpunkt in Wohnungen kenne. Mich interessiert, wie Leute in verschiedenen Räumen interagieren, miteinander umgehen und an welche ungeschriebenen Regeln sie sich halten. An Kommunikation oder ausbleibender Kommunikation. Den abgebildeten Personen gebe ich durch unterschiedliche Malweisen ihre Charakter. So zum Beispiel mit schwunghaften Linien, Zeichnungselementen oder verlaufender Farbe. Ich verdecke und hebe gleichzeitig wieder hervor. Dabei sind mir bestimmte Körperhaltungen und Bewegungen wichtig. Ich denke viel darüber nach, was eine bestimmte Geste mitteilt und benutze dabei Malerei als Sprache. Je aktueller meine Arbeiten werden, je mehr geben sie dabei Freiraum. Sie erzählen Geschichten, die für eigene Interpretationen und Identifikationen offener sind. Sie sind variabel lesbar in einem doch vorgegebenen Rahmen. Ich denke nicht mehr an eine einzelne Erzählung, sondern es entsteht ein Moment aus mehreren Situationen. Schon bei den Vorskizzen in der Bildfindung, doch auch während des Malprozesses, formt sich das Bild weiter und nimmt eine Bedeutung abhängig von dem an, was ich während des Malens bewusst oder unbewusst denke. Es sind nicht mehr nur Küchensituationen, die ich abbilde, und doch bin ich bei Innenräumen geblieben, bei denen es immer um die Relation von mindestens zwei Personen geht. Es geht aber auch um Malerei an sich. Mal arbeite ich etwas genauer aus, mal deute ich etwas nur mit Pinselstrichen an, und auch wie die Farbflächen zueinander stehen, interessiert mich. Wie ich anhand dem, aber auch anhand der Komposition eine Situation zwischen Menschen darstellen kann. So wie die Proportionen der Leinwand sind und wie der Raum eingeteilt ist, beeinflusst und reflektiert diese Atmosphäre die Stimmung der abgebildeten Figuren. Ja, und so bin ich jetzt hier. Das war eine Auswahl von Arbeiten, die während meiner Zeit in der HFK entstanden sind und die einen Einblick geben, wie ich dazu gekommen bin, solche Bilder zu malen, wie die, die jetzt hier hängen. Und es gibt aber noch genug weitere Leinwände zu bauen und zu bemalen und Träckfilme zu animieren. Vielen Dank an alle, mit denen ich gute Gespräche hatte, die mich unterstützt haben, mit denen ich Projekte gemacht habe. Besonders danke Kati, danke Ulrike, danke meine Klasse, danke auch an alle anderen. Und danke fürs Zuhören.